Hallo zusammen, ich grüße euch alle im Namen des Herrn Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim, unser Gott. Halleluja. Herr, danke für diesen Moment, danke für dein Wort und für diese Gnade, dass ich dein Wort weitergeben darf. Danke Herr, im Namen Joshua Maschia. Amen. So, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. Ich möchte uns also alle heute ermutigen, mit Joshua Maschia zu gehen. Ich habe also ein Thema heute, das Thema ist also entstanden, als wir letztes Mal uns hier in Regensburg getroffen hatten. Wir hatten also Gemeinschaft mit den Geschwistern aus Hamburg und einige aus Hamburg, Stuttgart, München und in der Nähe von Freising auch. Also, das Thema heißt, Joshua ist genug. Joshua, also unser Herr, ich habe, wie soll ich das überhaupt überbringen? Ich habe festgestellt, dass wir, die Menschen, immer so viele Sachen suchen und man hat das Gefühl, dass Joshua Maschia, unser Herr, nicht mehr genügt. Und, dass, dass sein Wort, also nicht ausreichend ist. Ich sehe zum Beispiel, es gibt da viele, also wir sagen, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Warum, sagen wir also zurück zum Wort, weil wir einfach festgestellt haben, dass wir immer so viele Sachen suchen, so viel um uns suchen, aber nicht das Wichtigste. Obwohl, obwohl das Wort des Herrn, also uns immer und immer wieder sagt, dass Joshua Maschia, wie sagt man, also genügt. Schau mal, er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch, nur durch Joshua Maschia, niemand, er ist der einzige Weg. Aber wir Menschen, wir suchen immer verschiedene Wege, wir suchen, wir versuchen, wir suchen so viele Wege. Und dann gehen wir einfach verloren. Es ist wie, wir hatten uns also die Frage gestellt, ja, warum werden die Leute überhaupt verführt? Weil Joshua Maschia sagt, dass in Matthäus Kapitel 24, er sagt also, pass auf, dass niemand euch verführt. Die Verführungen kommen einfach, weil wir, weil die Menschen, weil wir immer irgendwas suchen, wir wollen unsere Durst, also irgendwas befriedigen. Und dann, oder irgendwelche Verlangen einfach auslöschen und so weiter. Und was machen, was machen, also die, die, was machen, also die Verführer oder der Verführer, er bringt immer Köder, Falle. Und stellt also irgendwelche Falle und die Leute, zack, fallen einfach rein und, und dann, ja, und dann blödlich sind wir weit weg, wir sind nicht mehr auf dem Weg, wir gehen nicht mehr so mit Joshua Maschia. Wie, ich hatte letztes Mal also von, ähm, von einem, von der Geschichte von, ähm, von dieser Python-Geist, also diese Dame in Apostelgeschichte Kapitel 16, ähm, wo die, die, diese Wahrsagerin, die Wahrsagerin kam und, und hatte, ähm, die Leute gesagt, ja, die da sind, also Männer des Herrn, die da, diese Leute sind, Leute, die wirklich, also, ähm. Ähm, die Predigen, also die Wahrheit und, 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 aber sie war ein Wahrsagerin. Sie wurde, also das Ganze wurde durch, also ein Dämonen, sie war besessen von Dämonen. Und die Bibel sagt also, dass diese Dame, diese Dame hatte viel Geld für ihre, ähm, für ihre Meister gebracht, durch diese ganze Wahrsagerei. Aber da hatte sie die Wahrheit gesagt. Und, 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 und so war das als ein Köder. Die Leute, ja, hätten das, also, hatten das bestimmt gehört und gesagt, aha, diese Dame sagt die Wahrheit, sie ist bestimmt, sie ist bestimmt auch eine Prophetin. Und, und so werden, so könnten also die Leute in dieser Falle einfach, also, äh, einfach reinfallen und, und, und sie als Prophetin, also, äh, als Prophetin, genau, und, 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 und dann folgen. Und, und das ist also, was der Feind, also, mit uns tut. Wenn du eine Person bist, also der, gerne, immer gerne, wie sagt man das, also, irgendwelche, äh, Weissagung sucht. Aber, und, und, und was tut also der Feind? Er bringt dich also genau solche Sachen, und die, dann, blödlich, also, äh, verfolgst du, also die Dinge. Ein Köder. Und wir haben also festgestellt, also, wir waren da und sagten, ja, Herr, was ist, warum werden wir verführt? Wieso folgen die Leute falsche Lehre und, und so weiter? Und dann steht man fest, also, dass das Wort des Herrn, das Wort des Herrn, also, nicht mehr so ausreichend ist. Ich sehe das, also, wie, wie die Leute heutzutage, also, so viele, ähm, Verschwörungstheorie, äh, suchen, und, 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 warum? Also, Christen, Christen, die Verschwörungstheorie die ganze Zeit, also, suchen, und prüfen nicht mehr, also, das Wort des Herrn. Was sagt uns das Wort? Was sagt uns Joshua Mashiach? Ich gebe euch also ein Beispiel. Ich hatte letztes Mal so ein, ein, ein Zeugnis, also, von jemandem gehört. Er war in der Hölle, diese Person war in der Hölle und hatte dort, ähm, Sachen gesehen, und, 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 und so weiter. So viele Dinge, wie die Leute dort gelitten hatten, äh, wie die Dämonen, die Menschen dort, also, irgendwie gequält, gefoltert hatten, und, 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 und so weiter. Das Leiden, wenn man das hört, man, man, man sagt, wow, er hat da sowas erlebt, wow, 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 aber pass auf, egal, welche, welche Erlebnis, egal, was man, also, in einem Traum, oder, oder, egal, was man, also, erlebt hat, das Ganze muss man immer mit dem Wort des Herrn prüfen. Immer und immer wieder prüfen, weil viele von diesen Leuten ab und zu mal, die, viele, ich sage nicht, also, dass alle, dass alle falsch sind, aber viele von diesen Leuten, die gehen in die Hölle oder gehen im Himmel und, und, und kommen wieder, erzählen Dinge, die für uns, also, Christen, so, wow, 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 aber prüfen mal, wir müssen prüfen. Was sagte der Typ? Ja, ich war dort, er hatte, er hatte, er hatte dort, also, Leute gesehen, die gelitten hatten, und dort in der Hölle, diese Leute hatten, die waren, also, im Gefängnis dort, weil, ein, er hat einfach gesagt, einige hatten ihre Centen nicht bezahlt, und hat dann, hat angefangen, die Leute zu, also, ermutigen, ihre Centen zu zahlen, zahlt also, Centen, das ist nicht gut, ja, so kann man auch in der Hölle landen, und dann war ich bloß, hey, hallo, das ist nicht das Wort des Herrn. Wir müssen nicht mehr, nicht mehr diese Centen zahlen, wir müssen, und, 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 und es klang wie, wenn wir die Centen nicht bezahlen, dann, 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 und dann war ich, hey, hallo, das ist nicht das Wort des Herrn. Und ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich sowas höre, dass jemand, irgendeinen Traum, irgendein Erlebnis, irgendwas mit dem Herrn, äh, so, äh, also, mit dem Herrn, so genannte Herrn erlebt hat, und, es, es, es geht nicht mit dem Wort des Herrn, oder, es geht gegen, das, gegen das Wort des Herrn, ich, sage einfach, ich nehme einfach alles, ich, alles einfach weg. Also, einfach weg. Ich will nicht damit zu tun haben. Prüf, sagt also unser Herr Joshua Maschia. Wir müssen prüfen. Denn, das Wort des Herrn reicht, das Wort des Herrn ist genug. Joshua Maschia ist genug. Also, das ist doch was, das ist doch was, was die Bibel sagt. Schau mal, schau mal, also in, in, ähm, schau mal in, äh, lesen wir mal, ach, Joshua Maschia. In Lukas, Lukas, Lukas Kapitel 3, Lukas Kapitel 3, Lukas Kapitel 3, ah, Joshua Maschia. Lukas Kapitel 3. Wir kennen doch also dieses Gebet, oder? Lukas Kapitel 3, Vers 3. Wir kennen das Gebet des Herrn. Oder, äh, was sage ich, Lukas Kapitel 11, nicht 3. oder einfach Matthäus, also in Matthäus, Matthäus 6, Matthäus 6, Matthäus 6, das Gebet, dieses Gebet, also Vater, Vater unser, das kennen wir doch, wenn man betet, wenn man betet, genau, und wenn ihr betet, also Abvers, Kapitel 6, Abvers 5, und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler, also das ist also Abvers, ah, Abvers 11, genau, wo fängt also das Gebet nochmal, also Vers 11, genau, genau, Abvers 10, 10, Entschuldigung, genau, also Vers 9, ihr solltet deshalb so bieten, unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden, lass dein Reich kommen, dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Vers 11, gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die uns schuldig geworden sind. Also hier steht, gib uns heute unser tägliches Brot. Ich möchte, ich möchte direkt, ich möchte die Beam nehmen, ich nehme mal die Beam, also in der Beam haben wir das, haben wir das also anders übersetzt. Wir könnten, wir könnten Matthäus, ich mache mal größer, Matthäus, Kapitel, Matthäus, Kapitel 6, das war doch 6, 6, Vers, Vers 11. Halleluja. Hier steht, gib uns heute unser tägliches ausreichendes Brot, ausreichendes Brot, also das heißt, unser Herr, gib uns täglich ausreichendes Brot, genügend Brot. Das Wort des Herrn, das Wort des Herrn, das Wort des Herrn, und schau mal, sogar in Lukas, in Matthäus, Kapitel, ah ne, Johannes, in Johannes, Kapitel 14, dieses Gespräch, also von Joshua und die Jünger. Ach, Halleluja, Halleluja. Also das ist der Philippus. Philippus sagte, lesen wir, lesen wir ab Vers 6. Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon, jetzt, und habt ihn bereit gesehen. Da bat Philippus. Er zeigt uns, äh, 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 also Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Ach, 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 sie seht, diese, diese Übersetzung ist auch wieder, ach, das ist, das ist, gehen wir, ähm, in Johannes, Johannes, das ist also in die BIM, in die BIM, Johannes, Kapitel 14, Johannes, Kapitel 14, da muss man also so blättern, Deswegen wollen wir die Bibel, die Bibel, ihr habt es schon mal gesehen, also auf unserer Internetseite steht da, sodass wir die Bibel bald bedrücken wollen. Also Kapitel 14, also Kapitel 14, Abvers, Vers 8, Vers 8, Vers 8, Halleluja, da unten. Also Philippus sagt zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns, Halleluja, Halleluja. Er sagt, nee, zeig uns den Vater und es ist genug für uns, es ist genug für uns und Joshua antwortete und sagte zu ihm, also so lange Zeit bin ich also bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Also das heißt, Philippus wollte nur den Herr, den Vater sehen und er sagt, es ist genug für mich. Aber Joshua sagte, ich bin es, ich bin es. Ich bin, wer mich gesehen hat, hat also den Vater gesehen. Also ich bin für dich genug. Was suchst du noch? Was willst du noch? Was willst du noch mehr? Das ist nur so, was wir auch tun. Wir wollen mehr. Habt ihr nicht gesehen? Joshua sagt, ich bin der Weg. Einige sagen, nein, es reicht nicht. Wir müssen also Maria holen. Nein, wir nehmen den Weg von Maria. Halleluja. Maria, äh, ne, Joshua genügt nicht. Statt direkt zu ihm zu gehen, statt direkt mit ihm zu reden, nein, wir reden erstmal mit Maria. Oder statt direkt mit Joshua zu gehen, die Leute nehmen dann Rosenkranz oder irgendwelche Sachen. Er sagt, er sagt, in meinem Namen werdet ihr Dämonen austreiben. In meinem Namen werdet ihr das und das und das tun. Nein, es genügt die Leute nicht. Es reicht einfach nicht. Was wollen wir? Wir wollen Wasser, Weihwasser oder Salz oder keine Ahnung. Und das Schlimmste noch, irgendwelche Pastoren. Wir suchen Pastoren, wir suchen Bischöfe, wir suchen also irgendwelche Kirche, Gemeinde. Wer will mir überhaupt, wer will mir helfen? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Aber nein, es reicht nicht. Der Herr, anscheinend reicht unser Herr überhaupt nicht. Dieses Brot, was er uns gibt, reicht nicht. Wir wollen mehr. Mehr und mehr. Was ist das? Was ist dieses Mehr? Menschen, Weihwasser oder Öl oder keine Ahnung, Salz oder irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die kommen und erzählen irgendwas. Oder wir wollen mehr Träume. Wir wollen mehr Weichsagungen. Liebe Geschwister. Der Herr spricht ja. Er kann durch Menschen sprechen. Er kann durch, wie sagt man das, also durch Träume. Er kann durch, also, aber er spricht auch durch sein Wort. Es ist Zeit, dass wir wirklich das Wort prüfen. Ach, Joshua, ich hatte letztes Mal also von, ich hatte letztes Mal also von, wie sagt man das, von dieser Berührer erzählt. Paulus kam. Paulus kam und die hatten alles geprüft, immer geprüft, also prüfen, ob es stimmt, alles, was Paulus gepredigt hatte. Dann haben sie die Schriften geprüft. Aber das Wort reicht anscheinend nicht mehr. Es reicht anscheinend nicht mehr. Und das ist genau, was der Herr, unser Herr uns sagt, also in seinem Wort, also in 1. Timotheus, in 1. Timotheus Kapitel 4. Ah, ich nehme mal eine andere Übersetzung. Ich nehme mal eine andere Übersetzung. Ich habe also eine ganz einfache Übersetzung erwischt. Nehmen wir mal, ich nehme mal einen Schlatter. In 1. Timotheus Kapitel, 2. Timotheus Kapitel 4. Ach, Joshua, es reicht nicht mehr, das Wort, das Wort reicht nicht mehr. Es ist, es ist, die Leute wollen mehr, mehr, mehr. Also 2. Timotheus Kapitel 4, da steht ab Vers 1. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn, Jesus Christus, der lebendige und tote richten wird, um seine Erscheinung und seines reiches Willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Vers 3, Vers 3, liebe Geschwister, Vers 3, bitte. Hört zu, hört bitte zu, Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Das heißt, die gesunde Lehre reicht nicht mehr. Man will mehr, man will was anderes. Es reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht. Denn es wird eine Zeit, es wird eine Zeit kommen, wie singt in dieser Zeit. Da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten, eigenen Lüsten, Lehrer beschaffen. Die suchen sich also nach ihren eigenen Lüsten, ihren Gelüsten, ihre... Und die wollen das also befriedigen. Nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten, Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Die Ohren kitzeln. Die Bibel sagt so, dass die Ohren kitzeln. Und weil die Ohren kitzeln, also nach ihrer eigenen Lüsten, wollen sie, holen sie sich, also suchen sie sich selber, selber Lehrer. Du siehst also Leute, die machen von... Also predigen immer, immer über irgendwelche Verschwörungstheorie. Oh, Corona ist so, oh, diese Impfung ist so, oh, dieser Präsident ist der Antichrist, dieser Delta ist der bla bla bla, oder so, oder so. Meine Güte! Einige sind nur, die suchen nur Dämonen. Die Dämonen, oh, diese Dämonen, diese Dämonen heißt so. Wenn du sowas siehst, das ist ein Dämon. Wenn du das siehst, das ist ein Dämon. Und bekämpfen Dämonen täglich, immer und immer und immer wieder. Man hat das Gefühl, dass die Dämonen mächtiger als unser Herr Joshua Maschia ist. Durch diese ganzen, diese verschiedenen sogenannten Zeugnisse, also von Hölle, von was, was, was. Ich erinnere mich, einmal hatte sogar eine Dame gesagt, da kam jemand und sagte, ich war in der Hölle. Ich habe dort Leute gesehen, Frauen gesehen, die, 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 die haben so, ähm, die haben gelitten. Man hat sie also immer mit so, so, äh, Schafe oder, oder irgendwelche Sachen da, so Lippen, Lippen verbrannt, bla bla bla. Und warum? Ja, weil diese Frauen auf der Erde früher nur, äh, Lippenstift verwendet hatten. Schwachsinn, totaler Schwachsinn. Das bedeutet also, die Frauen, die Lippenstift verwenden, landen in der Hölle, so ein Schwachsinn. Und das ist also aus ihrem sogenannten Erlebnis, also in der Hölle, rausgekommen. Und wenn man sowas hört, sofort weg, das hat nicht mit dem Wort zu tun. Das ist Schwachsinn. Was soll denn das? Ja, oder, oder, oder die, die sich, also, was, also, äh, mit den Haaren gemacht haben, bla bla bla. Und, äh, Frauen, die, 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 die Hosen getragen hatten, landen in der Hölle. Weil die, weil die Bibel sagt, ja, die Frau darf nicht, also, äh, Kleidungen, also, von, von Männer, von Männer tragen. Wer hat überhaupt gesagt, dass die Hose, also, die Hose überhaupt, also, die, wie sagt man das, also, Männer, 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 Männer-Sache ist. Hm? In der Bibel hatten sie, also, keine Hose, wie wir heute sehen. Jeans oder sowas, nein. Männer hatten, oh, so, riesige Kleider, so, äh, wie, 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 wie Frauen, also, getragen, alle. Und dann sagt sie, ich war in der Hölle, und ich hab das, und das, und das gesehen, und ist gekommen, hat solche Sachen erzählt, und viele hatten Angst, bla bla bla. Und da sieht man sofort, dass es falsch ist. Zurück zum Wort. Zurück zu Joshua, Maschia. Es gibt da noch einige, die kommen, also, mit irgendwelchen Lehren. Oh, der Herr, der Herr hat gesagt. Ich sage die ganze Zeit, liebe Geschwister, wir müssen prüfen. Pass auf, auf Leute, die immer sagen, der Herr hat mir gesagt, der Herr hat gesagt, der Herr hat gesagt. Der Herr sagt, ja, dass wir nicht mehr, äh, stehen, wenn wir beten, wir dürfen nicht mehr stehen, wir dürfen, wir müssen immer nur, äh, am Boden bleiben, oder so, oder so. Wo, wo ist unsere Freiheit mit dem Herrn? Unsere Freiheit wird einfach geraubt. Und die Leute können nicht mehr richtig mit dem Herrn gehen. Wenn du betest, also, stell dich vor, du hast, äh, viele haben keinen Rosen, keinen Kranz, oder keine Ahnung, wie man das heißt, äh, pff. Das ist, das ist Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. Wenn du die Zente nicht zahlst, wenn du das nicht also tust, wenn du das und das und das und das, das Gesetz. Viele Gesetze von Pharisäern, viele Traditionen von Menschen, die in die Gemeinde reingekommen sind, einfach weil für die, weil für viele von uns das Wort des Herrn nicht mehr ausreichend ist. Nein. Das ist doch genauso in, 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 ähm, also mit, ähm, mit Israeliten in der Wüste passiert. Die sind also raus, also aus, aus Ägypten. Der Herr hat sich also in die Wüste geführt und er sagte täglich, ich werde euch also täglich, äh, das Brot geben. Nein, aber das hat, das hat nicht gereicht. Die wollten mehr. Dieses Brot, das also vom Himmel gekommen ist, hat den nicht mehr gereicht. Es war nicht mehr ausreichend für sie. Es genügte nicht mehr. Die wollten das nicht mehr essen. Und sagte, nein, wir denken nur, das Essen, also in Ägypten, dort hatten wir das und das und das und das und das. Oh, Herr. Oh, Herr. Lesen wir, lesen wir mal das also in, lesen wir mal. Oh, Joshua, Maschia. Oh, Joshua, Maschia. 5. Mose, Kapitel 8. Lesen wir mal so kurz. Also, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, dass der Herr eure Väter zu geschworen hat. Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, dass weder du deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, Hör mal zu, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern, dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also, die Bibel sagt, Joshua Maschia hatte diesen gleichen Vers an den Teufel gegeben, in Matthäus Kapitel 4. Kennt ihr euch also erinnern, wo, als der Herr, als der Teufel kam und hat ihn versucht, Joshua hat also genau das Gleiche gesagt. Er sagte, dass der Mensch, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern, dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Dass der Mensch das Wort des Herrn braut. Der Mensch das Wort des Herrn baut. Und es ist also so, was wir in Matthäus Kapitel 6 auch gelesen haben, gib uns unser tägliches Brot, unser ausreichendes Brot, was wir brauchen, weil dein Wort genügt uns. Deswegen sagt die Bibel, sagt das Wort, sagt das Wort in Matthäus 6, such zuerst das Reich des Herrn. Nun, wir sollen erst mal das Reich des Herrn suchen. Ihn suchen. Joshua Maschia suchen. Er ist genug für uns. Aber wir wollen immer links, rechts, erst mal Joshua Maschia auf seinem Weg bleiben, mit ihm gehen. Er ist unser Retter. Er ist unser Heiler. Ihr Schwestern. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Joshua? Paulus. In der Bibel steht also Paulus, damit der Herr ihn mal so irgendwie, wie sagt man das, auf, ich suche diesen Begriff, also der Herr hatte zugelassen, dass er so einen Dämonen ihn einfach in Demut behält. Und in dieser Geschichte sagte Paulus, ja, am Ende hat er ihm, der Herr hat einfach gesagt, meine Gnade ist genug. Ah, komm, suchen wir das, suchen wir das einfach. Halleluja, Halleluja. Das ist in 2. 2. Korinther. Sollen wir das zusammen. 2. Korinther 11 oder 12, 12, 2. Korinther 12. Oh, das ist die Geschichte noch. Halleluja. Ah ja, genau, 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 da. Wir können ab Vers, ab Vers, Vers 7 oder 6 lesen. Ja genau, Vers 6. Zwar wäre ich, also wenn ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht törig, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Vers 7. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, er war jemand, der sein großes Wissen hatte, wurde mir ein Fall für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Genau, genau. Und Vers 8. Er hat dreimal den Herrn gebeten, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Vers 9. Ah, da, 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 genau. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft wird in dir Schwahrheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meine Schwahrheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Halleluja. Er sagte, diese Gnade des Herrn ist genug. Gnade, lass dir an meine Gnade genügen. Halleluja. Halleluja. Lass dir an meine Gnade genügen. Und die Bibel gibt uns nochmal, gibt uns auch die Bedeutung von der Gnade. Diese Gnade, wer ist oder was ist die Gnade? Halleluja. Halleluja. Oh, oh, Joshua Maschia, dein Wort ist wunderbar. Dein Wort ist wunderbar. Halleluja. In Titus Kapitel 2, Halleluja. Oh, Joshua Maschia, in Titus Kapitel 2 gibt es also die Bedeutung, diese, die Definition, also von der Gnade. Der Herr sagte, meine Gnade ist genug für dich. Halleluja. Vers 11 hier. Titus Kapitel 2, Vers 11, da steht, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Halleluja. Halleluja. Die Gnade Gottes ist erschienen. Die Heil bringen, ist für alle Menschen. Sie nimmt uns, sie nimmt uns in Zucht, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierde verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Welt. In dem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Helligkeit des großen Gottes und unseres Retter Jesus Christus. also diese Gnade, also diese Gnade, wenn die Bibel sagt, die Gnade Gottes ist erschienen, es ist, also die Gnade Gottes hier ist Joshua Mashiach. Joshua Mashiach. Joshua ist genug. Ausreichend für uns. Halleluja. Halleluja. Ausreichend. Deswegen sagte Philippus, zeig mir den Herrn, zeig mir den Vater und für mich ist das genug. Nein. Joshua ist nicht mehr genug. Wir suchen Gemeinde, Kirchen und so viele Sachen. Ich sage nicht, also in einer Gemeinde zu sein ist falsch. Nein, doch. Das ist das Wort. Das Wort sagt, Gemeinschaft sollen wir suchen. Gemeinschaft, also mit Geschwistern und, und, und. Beten. Das ist das Wort. Aber wir suchen zuerst Joshua Mashiach. Erstmal das Reich des Herrn. Erstmal Joshua. Erstmal sein Wort. Nur sein Wort. Weil es uns genügt. Halleluja. Er ist genug für uns. Weil wir viele Wege, viele Sachen gesucht haben, deswegen sind wir, sind wir einvergefallen. Deswegen wurden wir verführt von irgendwelchen Menschen. Wir haben die Menschen erhoben. Die Menschen höher als Joshua gestellt. Die Kirche höher als Joshua. Die Gemeinde höher als Joshua. Die Gaben von Menschen höher als Joshua Mashiach. Die, wie sagt man das so, diese Weissagungen, diese Träume, diese Wörter, wir haben die alle höher als Joshua Mashiach gestellt. Kein Wunder, dass wir so in solchen Fallen, so in diese, wie sagt man das, verführt wurden. Kein Wunder. Das Problem ist, dass viele die Liebe der Wahrheit verloren haben. Das Problem ist einfach, dass wir, das Wort des Herrn, dass das Wort des Herrn nicht mehr genug für uns ist. Und suchen immer verschiedene Sachen, links, rechts. und wollen diese, diese Dinge einfach, wie sagt man das so, befriedigen. Ja. Ja. Und wollen das. Und kein Wunder. Kein Wunder. Der Herr sagt, prüft. Der Herr sagt, prüft. Wir dürfen uns nicht, also ablenken, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Egal, wie groß, wie klein, was also die Menschen sieht oder was wir bekommen haben, was wir gesehen, was wir, prüft. Mit dem Wort des Herrn. Und wenn es nicht passt, bleibt im Wort. Bleibt nur im Wort. Bleibt nur im Wort. Halleluja. Halleluja. Ich möchte hier also beenden, nehmen wir, ähm, möchte hier also abschließen, mit, ähm, ach, erste Korinther Kapitel 10. Das ist, äh, erste Korinther Kapitel 10. Ich möchte da beenden. Und das finde ich, ach, Joshua. Erste Korinther Kapitel 10, Abvers 1. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurch gegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle den selben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Die haben von Christus getrunken. Die haben was getrunken. Dieser geistliche Trank hatten sie bekommen. Die haben das Manna vom Himmel, das Mann ist vom Himmel gekommen, haben sie das gegessen, das Wort des Herrn. Vers 5. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohl gefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Viele sind in der Wüste gefallen, weil sie den Herrn nicht wohl gefallen hatten. Und die Bibel sagt ganz klar, ohne Glaube kann man Gott nicht gefallen. Man braucht diese Glaube. Der Glaube hatten sie verloren. Diese Dinge aber, Vers 6, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen. Damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Die waren begierig. Die waren, die sind gefallen. Diese Dinge sind da so passiert. Wir sollen das also lesen, damit es so wie Vorbild, Beispiel für uns, sie sind Beispiele für uns, damit wir auch nicht in der Wüste fallen. Einer unserer Brüder hatte die Geschichte, er hatte uns also noch ermutigt, also in diesem Treffen, die Geschichte von 1. Mose, von 1. Mose bis 5. Mose nochmal zu lesen, wie das Volk Israel von Ägypten zum Kana-Land, also zum gelobtes Land gegangen sind. Diese ganze Geschichte, das ist unsere Geschichte. Und die Bibel sagt hier, das ist Beispiel für uns. Wie sollen das also, die sind Vorbild für uns geschehen, diese Dinge sind also zum Vorbild für uns passiert. Damit wir auch nicht die gleichen Fehler tun. Die haben gejammert. Das Wort war nicht genug. Das Mana war nicht genug. Alles, was sie vom Herrn bekommen hatten, es war nicht genug. Und das ist genau, was wir heute erleben. Das Wort genügt nicht. Joshua ist nicht mehr genug. Und dann suchen wir uns verschiedene Sachen. Links, rechts. Aber unser Herr, ich wollte da behänden, aber jetzt kommt also noch ein Wort, Halleluja, unser Herr in Joshua Kapitel 1. In Joshua Kapitel 1. Ich glaube, es ist auf Vers 6. Unser Herr sagte, was ist ein Joshua? Vers 5. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin. So will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben. und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose bevollen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu Rechten noch zu Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses, also Vers 8, lass dieses Buch des Gesetzen nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn das wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Halleluja. Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei ohne Schrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Danke, Herr, für dein Wort. Im Namen Joshua Maschia. Amen.